Hallo Leute, Servus Pax hier Und hier ist ein neues Video, unter diesem Video spiele ich Roblox Jailbreak Diesmal bin ich dich wieder ein Prisoner, sondern diesmal bin ich gleich Politas Yes Ähm, da draußen ist schon jemand am durchbrechen Äh, sollte ich das SWAT-Outfit nehmen? Ah, passt Okay, SWAT-Uniform Und zweimal ab, aber YOLO Yeah Brand Ah, Mann, ey Okay Dann nehme ich jetzt auch mein SWAT-Mobil Aber ja, es war Guck ich an, was ich bekomme Bang Was bekomme ich hier? Ah, hat er schon Okay Ich habe null Ahnung, ob ich gerade einen Einsatz habe, aber wir können ja bei der Bank nachholen Es geht da Ahja Ich habe ja mein SWAT-Mobil Die Tagesaufgabe ist Ähh Ich kann schon einen Verhaften während er getastet ist Wo Oder zieht es? Nö Ah, das ist ein Polis Das ist alles egal Und was war ein Krimineller? Einfach mal Adressiert ja immer noch Hm Hören sich jetzt mal besser an Und einfach weg Pfff Wow Hardcore muss man sagen Wurs Globus AHAH Äh Guck mal nach, was die schreiben Ah Mann, das ist voll langweilig, wenn dir gar nichts passiert. Vor allem da gibt es noch so wenige... Okay, schon viele Pultes. Was, was? Ich werde heute... Oh nein, erstmal den festnehmen. Okay, nachdem ich den festgenommen habe, werde ich dann ins Team wechseln. Äh, wie traut er sich einfach? Okay, dann werde ich jetzt einfach ins Team wechseln. Ja, warum? Muss man überhaupt da noch draufdrücken? Warte. Ah ja, warte. Yes. Okay. Öffnen, 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 öffnen. Einer meiner Freunde konnte ich da einfach reinglitschen. Unfair. Einfach so... Ich könnte schwören, man muss nicht so lang beharrden. Öff. Der Öcht, duch. Ah, jetzt. Fünfzehn, vierzehn, dreizehn, zwölf, elf, zehn, neun, acht, öff. So. So. Danke. Oh nein, bleiben sie stehen. Stehen bleiben, habe ich gesagt. Ich kann dann halt nicht. Äh, ja, was geht ab. Ja, was geht ab. Ja, was geht ab. Oh, da bist du denn kein Baggetismus mehr. Verdient. Haha. Gerrit hat's gesagt. Oh, 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 oh. Jemand tut gerade bei uns. Deh, delh, 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 delh. Okay, dann mach ich einfach hier. Okay, werde ich halt mit Doge Cool aus, äh Doge Cool 15 ausbrechen Ja, schaffen wir es unser Leben Ähm Ich muss sagen, das ist ein schlaueser Verbrecher der Welt Ich mach ein 3-6-ier 3-6-ier Äh, mach halt Das war kein 3-6-ier Was ist das Problem? Bruh Ah, bruh Kann ich irgendwas verstecken? Ist hier überhaupt was? Hallo Touch, bruh Ich meine Ich nenne einfach jetzt Bruh Hey, bruh Bruh Hey, bruh Ah, ja Ah, ja Bruh Snap auf, bruh Bruh Okay, er weiß wie man ausprescht Okay, der Dodge Cool wird uns helfen auszuprechen Komm, schnell Schass du Okay Lass mich durch Darun, 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 darun Ah, da kommt schon ein Helikopter Nein, renn Renn ohne mich Lass mich zurück Du fährst Das war ein Alkohol, ein Alkohol Lass mich jetzt wirklich zurück Ach, schau, 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 nein, das ist, das ist, nein Der EZ Nein, Dodge, bruh Oh, das klingt gut, das meint gerade auf Wo ist er, Dodge, bruh Nein, Dodge, bruh Wo ist er, wo bist du, Dodge, bruh Halsches Clown Hallo Muss ich halt das jetzt nehmen Nein, kein Geld Ja, so Und schließen Die Wolken sehen nicht gerade gut aus Okay Ich muss Dodge, bruh Finden Oder Dodge, cool Dodge, bruh Ja, das ist etwas besser Und mehr so bruh Ich Oder Da ist gerade blöd Woah Ist, ah, das ist nicht Dodge, bruh Ist überhaupt noch hier Ja, hier, Dodge, cool Falls er so heißen möchte Für mich heißt er immer noch Dodge, bruh Vielleicht ist es auch hier das Bisschen süß, Dodge, bruh Ja, Dodge, bruh Dodge, bruh Oh mein Gott Ich hab ihn gefunden Yeah Yeah Wieder vereint Ich kann nicht rein Das ist nicht schlieb Okay Yeah, bitte wieder mit Dodge, bruh Vereint Und Wir werden es schaffen Die Straßen wieder Unsicher zu machen Okay Äh Dodge, bruh Bruh Fahr Los Lagt mein Spiel oder fährt er nicht? Darf ich nicht drin sein? Ja Ja, moine Wisch ein Schlosser Wisch Y Aha, aus dem Grund Wenn es regnet, dann sind unsere Sprechblasen, so türkis Wo fährt der hin? Da ist es doch hinter dir Das ist nicht die Bank Dodge, bruh Links hat die Was schon schreibt er jetzt Schreibt einfach gar nichts Not Ah, ich sag gerade Wer war meine Schroggelhnte da? Falls er weiß, dass es keine Bank Boah, es sind hier viele Jeder sollte seine Waffe rausziehen Falls hier ein Politist vorbei kommt Ist die größte Schießerei Der ganze Welt am losgehen Ja, okay, es ist heller Jemand schuld gerade die Bank Oh oh Dodge, bruh Steh auf Nein Wir können den Kran noch so ausschalten Dodge, bruh Muss aufpassen Ist der Typ nackt Der ist aber mal nuckig Nuckig Der hat einfach eine Schlüsselkarte Die Schlüsselkarte ist für die Bank Oh Oh, ja, ja, ja Ja, ich hab's reingeschafft Dodge, bruh Pass auf Dodge, bruh Feuer Okay 500 Okay Das hört sich komisch am Okay, äh, hier noch ein kleines Ich glaube ich kann nur 3000 wenn's muss jetzt warten bis hier wieder kommt ein deutsch prater geht er kann auch nicht ohne mich gehen warte ich gehe einfach ich warte einfach hier mit ihm deutsch pracht ich gern vermitte ihm ist egal ob ich jetzt bin oder nicht oh das ist schwer okay ist es ist es ist Du bist da, dodgebra. Da du schaffst, du schaffst, naaaann. Du, nein, dodgebra. Dodgebraaa. Nein, einfach schaff. Nein, das war das, was so silly. Ja, der passt! Dodgebra! 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 Okay, ich hole schon mal ein Auto für uns. Stange an! Du darfst natürlich rein, Dodgebra! Warte, hier ist ja die Exit. Bank this time, okay. Ja gut, ich glaube nicht, dass er gerade weiß, wie man die öffnet. Weil ich weiß, dass dafür braucht man die Schlüsselkarte, aber die haben eine... Borts. Hä? Borts. Was wollte er sagen? But, akk, akk. Also es kann sein, dass Roblox nicht verstanden hat, was er sagt. Oder dass er irgendwas Schlechtes gesagt hat. Ja, gut. Oh, hier ist ein Purses. Okay, einfach Reifen zu erschießen. Das ist schon komisch, dass Dodgebra einfach denkt und da kann man einfach reinlaufen. Vor allem, da steht ja Closed. Closed. Oh, da, 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 da. Das heißt Auto. Oh, da, 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 da das niemand okay hinter uns ist niemand ich glaube ich habe ein auto gehört das ist sie ja er bekommt er ihr politische ja 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 Pauw Was war noch, 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 noch Ich kann schon Ey, mein Auto! So Du kleine Lutscher Ah, Mann Ah, Mann Ah, Mann Okay, ich glaube die Bank kann mir gerade ausrauben Ich warte hier dann die ganze Zeit auf Dodgebra I will Go Saint I will I will i Ich würde Es wird gerade auch ausgeraut, also... Ja, ich habe wirklich eine Chance. Das ist meine Chance. You've joined the bank robbery, okay. Komm schon hinten. Nein. Ach maaaannn. Warte, komm dann. Die kommen nicht nach. Warte, ich bin dreifern rein. Hey, du, öfter die Tür. Okay, wahrscheinlich wird gerade die Jubiläer aus. Dann nehme ich aber das Auto, Klaus. Ja, wahrscheinlich. Dodgebra hat mich einfach am Stich gelassen. Dann gehe ich jetzt einsam mit einer Tankstelle ausräumen. Oh, nein. Okay. Ah, da ist die Tankstelle. Oh. Diesen Trunk hätte ich gern. Den hole ich mir dann jetzt, nachdem ich es auskaufe. Okay. Okay. Ja. Ja, das Auto ist eindeutig gut. Würde ich euch mal empfehlen. Das war ein Fehler. Fehler war das. Nein. Das war ein Fehler. Ja. Was denn das für ein Polizist rein da verweilt? Ja. Ich bin gespannt. Also es ist ganz normal. Ich weiß gar nicht, dass ich es empfehlen kann. Ich habe die Spitze mit dem Fernselement hergestellt. Es, die Topik, die mit dem Fernsehen. Ahja. Dodge. Dodgebrah ist noch da. Da ist er! Dodgebrah! 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 Es ist Spinnst Dodgebrah! Tja, Dodgebrah ist eigentlich ein richtig geiler Kerl. Die im Folgestimmer. Follow Player. Man versteht kein Wort, aber Follow Player. Follow me. Follow me. Can you see? Baudul baudul. Einfach okay, schnell. Schnell! Ah, das ist kein Polizist. Warum denkt ihr, das ist ne Bank? Ah. Ah. Hat er jetzt... Okay, er hat endlich gehofft, dass es keine Bank ist. Oh, ich hab ein 100 Bounty, Alter. Hätte ich lecker ein Bounty. Mäh. 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 Wie viele Poliz... Oh, noch vier Polizisten. Die Stadt gehört uns. Wir brauchen ne Schlüsselkarte hier, lucha. Checken's net. Hast du ne Schlüsselkarte hin? find 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 any things to get guys guys find any things to get in guys also ja 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 okay schon die polizei die hand die lese einfach mal geupgradet deutsch ist gleich tot das war auch so klar ist auch wenn ich jetzt weg geschleudert werde ich will es einpacken ich hab's auch schon gekauft mann ich hab gar nichts ich hab einfach mal gar nix ich hab einfach mal gar nix ich hab einfach mal gar nix ihr bekommt mir schnell ah ja okay 3000 haus ist ich höre die polizei was bedeutet nichts gut ist einfach mal verrückt okay noch drei polizisten sind nicht gerade eine chance wir stecken fest obwohl können wir hier raus man das deutsch war immer noch ja er ist wieder frei ja dann hier noch auja wir haben es raus geschafft freiheit äh ich hab mein geld noch nicht mal bekommen oder oder doch ja hab's bekommen glaube ich ja wieso tut ihr das dann auch drauf schließen so ungefähr dann lauf ich hier allein ohne mein deutsch brach dann lauf ich hier allein ohne mein deutsch brach dann lauf ich hier alleine ohne mein deutsch brach ich bin hier alleine ohne mein deutsch brach wenn ich brach 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 nein ihren**** pick-up ja oh mein gooooo na hab in den na 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 ha 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 ha! das ist mein auto ich glaube die verstehen schon nicht alle wie das von mir ist was ausgefallen ich habe seit monaten keine guests mehr gesehen bedeutet das muss ich einladen ich habe eine Idee ich kann es auch nicht glauben wir sind wir sind Keycard Brothers ich gucke ich mal ob man die Bank wieder ausräumen kann nö dann ganz schnell wieder zurück da 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 ist aufgefallen ich rede jetzt immer weniger es war jetzt nicht gerade so interessant was gerade jetzt alles passiert lege ich mich einfach jetzt seine kappe drauf na die barrikade so ist er wieder gerade oh mein Gott da kommt jemand äh Hilfe au au er fährt mich mal aus yeah noch eine barrikade fisch der fisch nein rainbow barrikade ich finde es schade und die schokolade die ist so schade die macht mich traurig und saurig die schokolade finde ich schade in der Tafel Schokolade war Marmelade das finde ich schade der sieht nicht aus wie ein Rapper klimeras in Leid anders basics okay ich probiere es die Taura ja, heute das war es Anfang für heute bin ich erinnert in der nächsten Episode Shoulders Children Children Wait